Ein gewisser Michael B. Schmidt, genannt Smudo, wettet nämlich, dass er zusammen mit seinen Freunden zu einem Sechserpack in eine Telefonzelle gequetscht wird und dort weiter Musik machen kann. Drei sind schon drin, das klingt unglaublich, aber es soll einfach sein. Hier sind die fantastischen vier einfach sein. Nein, komm, nein, ach Mensch, warum denn nicht? Jetzt hab ich dich von dem Laden über den Wagen bis in den Vorraten rumgekriegt. Ach, wir treten auf der Stelle, versteht, aber es gibt immer unsere Existenz. Vergiss das Materielle, vergiss den Job, vergiss Mercedes-Benz. Die Welt ist in den Miesen und vor allem brauchst du endlich mal eine Entscheidung. Und was ihr auch braucht, ist die Liebe von allen, da bin ich total an der Meinung. Wir begreifen noch eh nix auf Dauer, wenn wir nicht dauerhaft begreifen. Zweifeln wir an der Power? Da powern wir nur unsere Zweifel. Und sie fragt echt? Und ich sag, ja, ja. Und sie sagt echt? Und ich sag, na klar. Und sie kommt mit auf die Bude und sieht top aus. Und ich sag, ich bin des Moodles wieder ein top aus. Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Das hab ich mir irgendwie schöner gedacht. Ich glaub, ich hab irgendeinen Fehler gemacht. Ich hatte doch höhere Ziele, war tröderer Trückenvermögen verdienen über Nacht. Von der Versitzte hier den ganzen Tag, nicht so viel Kaffee, den ich vertrag. Kopiere Papiere, die ich nicht kapiere. Später sortiere ich sie in ein Fach. Doch wo ist der Sinn? Da wollt ich nie hin. Was bitte glauben, die bloß wer ich bin? Da kann doch was gehen, ihr werdet schon sehen. Ich werde die Bude hier bald übernehmen. Und lasst der Laden erstmal wie ne Eins. Dann ist das alles hier nicht überneint. Ich bin der Paar, dann werde ich's klar von neuen Strapazen für immer befreit. Es könnte alles so einfach sein. Ich gönne allem ihr Eigenheim. Denn wir wollt eh keine Arbeit, wollen nur jede Menge Geld. Und wenn es geht, keine Fragen, die uns irgendjemand stellt. Es könnte alles so einfach sein. Das ist es aber nicht. Mallorca! Es könnte alles so einfach sein. Das ist es aber nicht. Es könnte alles so einfach sein. Das ist es aber nicht. Das könnte alles so einfach sein. Das ist es aber nicht. Yeah! Schließ deine Augen und atme tief. Ohne immer auf, nur das zu glauben, was du siehst. Du weißt genau, alles durchschauen, das schafft man nie. Doch was du brauchst, das ist Vertrauen und Fantasie. In einem sind eh alle gleich. Und auch wenn es keinem so scheint. So, obwohl wir nichts wissen, weiß jeder Bescheid. Darin sind wir alle vereint. Das war's. Und dann fassen wir hier mal zusammen. Hat alles mit dir angefangen. Du bist irgendwann übers Wasser gegangen und wir sollen vom Appen ab stammen. Klar haben wir Fragen, aber ne Antwort haben wir leider nicht. Klar wollen wir fort, aber irgendwo ankommen können wir leider nicht. Wir wollen ne Formel für ewigen Reichtum kriegen wir aber nicht. Harrison Ford oder Xavier Neidus sind wir leider nicht. Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Dammit. Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Gar nicht so einfach. Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Ja! Danke schön! Fanta 4, die fantastischen 4. Respekt, das war ja mit eingebautem Stunt. Lade nicht geklappt. Von wegen, aber... Fast. Und nix in die Ohren. Schön, dass ihr da seid. Es ist unser Fest. Ebenso. Was sagt ihr zu Malle? Eine tolle Insel. Ich hab noch Urlaub gemacht hier bis vor 3 Tagen. Und es ist wunderschön. Guck mal, hier ist Souvenir gekauft. Ah! Alles Mallorca-Fell. Ich fand es so toll, ich hab die ganze Insel gekauft. Hey, und Dieter schmiert sie ein. Also, alles im Griff. Danke schön, schön, dass ihr da wart. Fantastisch und hier. Servus. Und tschüss. Guten Abend. Viel Spaß. Danke, tschüss, tschüss. Begrüßt nicht. Ein Wrum, der hat mich gleich noch ein.